So, ich stehe da jetzt vor dem Lokal und ich schaue mal, ob ich dort meine Microwaves kriege. Und wegen der Beilage, ich hätte halt schon gerne eine, aber weil ich wollte Sie fragen, ob Sie mir die machen können, weil ich kann, weil ich kann, ohne die kann ich es nicht essen. Aber das Schollenfilet hätte ich gern mit denen und kann ich die dazu haben? Kann ich selber machen? Okay. Na, Sie haben gesagt, ich kann es mir selber machen, ich habe eine Mikrowelle mit. Dann kann ich es mir selber machen. Ich mache das da nur eine Minute und dann tue ich es. Wo mache ich das? Na ja, ich habe da meine Mikrowelle und das dauert nur eine Minute. Ich habe so einen Hunger und es ist so schön da, ich mag es gern da essen. Danke, wollen Sie probieren? Sie sind gut. Ja, es hat wieder einmal funktioniert. Ich habe meine Microwaves bekommen. Heute kommt ihr bitte mal mit.